Eigentlich ist es total lieb vom DAX und all denjenigen, die den DAX gehandelt haben, ein bisschen auf mich zu warten, denn ich war auf Reisen und deshalb ist natürlich immer die Sorge, verpasse ich was? Nein, ich habe nicht großartig was verpasst, zumindest beim DAX. Da sieht es nach wie vor so aus, als ob wir zwar in Aufwärtsrichtung gehen, aber das ist noch nicht so richtig, dass das letzte Wort gesprochen ist, dass Aufwärts hier die richtige Richtung ist. Warum das Ganze? Naja, ihr wisst, meine Erwartungshaltung ist nach wie vor nach oben gerichtet und alle, die jetzt längerfristig orientiert sind, die sagen, naja, ich plane meine Trades so halbwegs einmal die Woche oder in welchen Abständen auch immer, vielleicht noch länger. Ich denke, es geht nach oben. Jawohl, das sehe ich im Moment auch noch so. Ich sehe große Gefahren, keine Frage. Ich sehe aber noch nicht, dass die Marktteilnehmer sagen, ja, wir springen auf das Gefahrenpotenzial auf. Also, für alle, die längerfristig orientiert sind, zumindest mal beim DAX, könnt ihr jetzt weghören, denn alles, was ich jetzt erzähle, gilt höchstens für ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Stunden für euch, für eure Handelsüberlegung, aber nicht jetzt im großen Bild. Eigentlich erwarte ich nach wie vor, dass wir eine gute Chance auf diesen Rücksetzer haben. Warum ist das so? Muss das unbedingt so sein? Nein, nein, das muss auf keinen Fall passieren, aber es wäre sehr typisch. Die Argumentation habe ich jetzt sehr häufig schon erzählt, deshalb will ich das nicht noch mal im Kleinen wiederholen. Das kennt ihr. Also, dieses Bild, eigentlich hätte ich das auch hier schon erwartet, aber es hat sich nichts verändert, außer nach rechts geschoben. Vielleicht, nein, das wäre arrogant, wegen meiner Reisetätigkeit. Das glaube ich nicht, dass die so lieb waren und auf mich gewartet haben. Aber offensichtlich warten sie noch. Warum bin ich davon überzeugt, dass das noch eine relevante Situation ist? Der Markt geht doch immerhin nach oben. Wenn ich mir das hier im 4-Stunden-Chart mal im 5-Minuten-Chart angucke, also eigentlich so diese Aufwärtsbewegung, schauen wir uns die mal ein bisschen größer an, dass ihr da besser was erkennen könnt, dann sehen wir, dass wir hier dieses erste Stück noch dreiwellig unterwegs waren, was sehr untypisch für eine Haupttrendrichtung ist. Also eigentlich nicht der Fall sein kann, wenn man der Theorie folgt. Jetzt kann man sagen, ja, aber gibt es da nicht irgendwie Ausnahmen oder mal irgendwie was, dass du es falsch gelesen hast? Alles möglich, keine Frage. Aber es ist sehr, sehr untypisch. Und wir wissen, an der Börse sollten wir nicht das Untypische handeln, sondern das, was klassischerweise passiert. Und das ist eben, dreiwellig ist offensichtlich noch die falsche Richtung. Gut, jetzt ging es auch so halbwegs dreiwellig nach unten. Das lässt ja hoffen. Vielleicht geht es ja doch noch steil nach oben. Würde eigentlich keinen Sinn machen, weil das ja schon dreiwellig war. Aber dann würde ich mindestens erwarten, dass es danach richtig schön hier hochgegangen ist. Und ja, es geht nach oben. Es gibt manche, die dann sagen, was willst du denn, wenn ich von hier mal gucke nach da? Das ist immerhin schon ein Prozent im Plus. Also regt euch jetzt nicht wegen der Zahl auf. Klingt wenig, aber das ist doch immerhin schon ein Plus. Ja, aber die Art und Weise ist doch nicht überzeugend. Wenn die Marktteilnehmer wirklich sagen, hey, wir wollen jetzt kaufen, warum gehen sie so stark wieder runter? Warum gehen sie so stark wieder runter? Warum gehen sie so stark wieder runter? Und warum sehen selbst innerhalb dieser Bewegung hier zumindest mal sehr deutlich, dass wieder dreiwellig aus? Auch das sieht hier ganz schön dreiwellig aus. Oder wer jetzt sagt, aber Rüdiger, das hast du nicht genau gelesen, stimmt. Aber dann haben wir hier wieder Überschneidung in der Aufwärtsbewegung. Das sind alles Anzeichen für, die Leute haben noch keinen Bock auf richtig kaufen. Aber wenn sie keinen Bock haben, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt schon dann einen auf massiv, auf long machen muss oder ob ich nicht eher sage, na warten wir doch mal, halten wir uns noch mal ein bisschen zurück. Also ich bin nicht überzeugt. Das, was ich hier an Aufwärtsbewegung sehe, gefällt mir nicht. Nochmal der Hinweis, das ist fünf Minuten Schad. Das ist keinerlei Aussage für das übergeordnete Bild. Es gibt ja immer, auch in übergeordneten, richtig langen Trends, wir sehen das hier auf Tagesebene mal gegen Bewegung. Da stört sich auch grundsätzlich keiner dran. Aber wenn ich erahne, zumindest mal vermuten kann, aufgrund der Situation, wie die Marktteilnehmer aktuell damit umgehen, dann muss ich nicht sagen, doch, 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 ich kaufe da jetzt massiv. Das ist aus meiner Sicht nicht das sinnvolle Vorgehen. Also ihr seht, ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir eine realistische Chance haben, nochmal runter zu gehen. Mein Angebot, das ist jetzt nicht, dass das zwingend so passiert, aber was eben klassische Rücksatzerniveaus in so einem Fall wären, wäre so ungefähr 15.940 bis 15.880, so ganz grob, auch nochmal so um die 15.840. Also ich habe das, ihr könnt das ein bisschen genauer hier ablesen, falls ihr das erkennen könnt. Wenn ihr es nicht erkennen könnt, ganz grob, also diese obere Kiste ist 940 bis 810 in etwa und diese Kiste hier unten, die ist 710 in etwa. Also nur, dass ihr so eine Größenordnung habt, was ich mir dabei vorstellen kann. Das ist kein Drama. Also auch ein Rücksetzer bis dahin ist aus meiner Sicht eigentlich nichts anderes als das, was wir hier vorab schon mal hatten, nämlich dieses ABC im Großen. Das wäre quasi eine etwas kleinere Variante davon, zeitgemäß auf diesen letzten Anstieg. Der war ja auch ein bisschen kürzer als der, dann ist natürlich auch der Rücksetzer ein bisschen kürzer als der. Also das wäre im Prinzip das analoge Verhalten. Wir wissen, das ist kein seltenes Verhalten und deshalb ist das ein Szenario, was man im Hinterkopf behalten muss. Wer jetzt längerfristig unterwegs ist, längerfristig plant, sollte erst anfangen, die Augenbrauen hochzuziehen, wenn wir dieses Tief noch mal durchstoßen, für mich geht das ungefähr ab der 78er Marken los. Das ist die 15.620, das ist so die Augenbrauenmarke, wo man sagen kann, also jetzt ist das nicht mehr so, da zieht man mal was hoch. Ansonsten aller spätestens hier bei 15.200, 100, so in dem Dreh, das sind dann die Killermarken, wo ich, also Killermarken, das klingt immer dramatisch, aber wo ich ziemlich sicher davon ausgehe, wenn wir die durchstoßen, gehen wir auch hier durch. Im Moment würde ich sogar sagen, wenn wir da oben die 15.000, was haben wir da, 600, wenn wir die durchstoßen, sehe ich die Chance, dass wir hier noch mal durchgehen, 14.460, relativ groß, denn das zeigt, dass alles, was wir hier haben, eben noch nicht so richtig bullisch ist und die Marktteilnehmer vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Luft brauchen in der Aufwärtsbewegung. Und anschließend kann es ja wieder nach oben gehen, aber das muss man sich dann überlegen, ob man das aussitzt auf die Gefahr, dass es vielleicht sogar runter geht oder ob man dann nicht sagt, ich schließe mal und nehme Gewinne mit, die ich bis dahin hatte und kann dann gegebenenfalls später ja wieder aufmachen. Die Chance ist ja auch da. Aber im Großen, wie gesagt, gibt es da nicht so wirklich viel zu schimpfen aktuell und im Kleinen müssen wir halt damit rechnen. Wenn ihr jetzt ganz klein als Intraday-Händler unterwegs seid, die letzte starke Bewegung ist eine Aufwärtsbewegung. Ich gucke mal, ich switch mal rüber zum DAX Future, denn der macht ja hier irgendwann bald Feierabend. Also wenn ihr das beim DAX Future seht oder irgendein Kontrakt, der da drauf ist und ihr das im Abendhandel noch nutzen wollt, also Rücksetzer dieser Art. Meine Maus macht noch nicht so 100 Prozent mit, aber ich sehe den Fussel schon. So, jetzt müsste es besser sein. Also Anstieg hier hoch und wenn es danach korrektiv hier runter geht, wäre das ja zumindest nochmal ein Teilzeitbullenmarkt, den man dann für einige Stunden vielleicht nochmal mitnehmen kann. Aber dafür müssten wir hier runter kommen. Ihr seht schon das klassische Korrektivmuster, was ich mir vorstellen kann. Für mich ist das allerdings nicht so sehr interessant, wenn es in den Abendhandel reingeht, denn dann ist eh Amerika entscheidend und deshalb wechseln wir mal gerne auf Amerika und gucken mal, was die so zu Kamellen haben, ob die vielleicht ein tolleres Angebot aktuell mitbringen. Und tatsächlich muss ich sagen, die Amerikaner, da haben wir ganz häufig drüber gesprochen, das ist also nochmal zum Warmwerden, zack, A, B, C, Korrektiv, zack, A, B, C oder Mehrfachwackeln, zack, A, B, C. Ihr seht immer kleiner werdende Korrekturen, aber immer noch die dynamische Bewegung nach oben, die korrektive Bewegung nach unten, also die Fortsetzung nach oben. Aber das ist nichts Neues, das habe ich euch nicht heute das erste Mal erzählt, das erzähle ich euch seit Wochen. Solange dieser Rhythmus ist, gibt es keinen Grund, jetzt massiv auf die Short-Seite zu setzen. Wenn man mal zwischendurch, das machen wir übrigens auch, mal die eine oder andere Short-Position eröffnet in einer Einzelaktie, dann ist das auch durchaus möglicherweise als Portfolio durch Mischung ganz sinnvoll. Aber ihr könnt euch vorstellen, das Gros der Situation ist einfach noch nach oben ausgerichtet und deshalb so mal die nächste Rufmarke 38.000 überschreiten mit realistischen Chancen, dass es sogar noch weiter hoch geht. Aber das gucken wir uns dann auf dem Weg dahin an. Aber vorläufig zumindest mal sehe ich da nichts. Das kann sich, zugegeben, immer wieder ändern. Wenn es mal eine sehr starke und überschneidende Abwärtsbewegung gibt, da würde ich euch aber dann noch mal darauf hinweisen, also jetzt irgendein Rücksetzer hier, fände ich auch nicht schlimm. Stellt euch vor, ihr habt jetzt wieder so etwas, quasi das Gleiche als Anstieg, die Große, jetzt hier eine Nummer kleiner wieder, ist alles in Ordnung. Also so als ganz grobe Richtung dafür. Wir gucken dann immer so die Größenordnung an, wie groß war dieser Rücksetzer. Das war der, machen wir es gleich richtig, zeichnen wir es mal so. Ne, aber wenn dann richtig, Schatzelein hier, das geht ja gar nicht. Also alles noch mal weg. Höchster Punkt hier. Ja, sagen und machen ist manchmal ein Unterschied. Also höchster Punkt hier, tiefster Punkt hier. Jetzt habe ich quasi die Länge hier. Ihr könnt es auch mit Zeigefinger Daumen machen, das nimmt der nun nicht im Video auf. Also höchster Punkt, tiefster Punkt. Und wir wollen ja, dass es eine kleinere Korrektur ist. Warum muss das eine kleinere Korrektur sein? Da sage ich gleich was zu. Wenn es eine kleinere Korrektur ist, dann dürften alle Rücksetzer, die bis dahin etwa gehen, auch das können wir nochmal FIBO-mäßig, Retracement-mäßig abschätzen. Das wäre dann bis zur 50er Marke, 38 sowieso. Das wäre alles noch in Ordnung. Ihr wisst ja, ein normaler Rücksetzer geht sowieso in die Richtung. Vorsichtig, das ist keine Ankündigung, du hast es jetzt zwingend dreht. Das gucken wir uns gleich im Nahkampfchart hier oben nochmal an. Aber selbst solche Rücksetzer wären ja normal. Das wäre das Gleiche, was wir quasi hier schon mal hatten oder das Gleiche in Größe, was wir hier hatten. Nur eben in dem Fall auf diese Richtung gemessen. Warum ist das so interessant, dass die kleiner ist als die? Ihr seht schon, nehmen wir mal an, die wäre gleich groß. Und das gibt es ja auch, dass die gleich groß sind. Das ist ja kein Problem. Nur dann wären vergleichbare Korrekturen überschneidend. Und es ist immer gut, wenn sie nicht überschneidend sind. Warum überschneidend? Weil wenn das tief hier ist, liegt das unter diesem hier. Und dann wäre diese Korrektur und diese Korrektur überlappend. Das wäre korrektiv. Und in einem so begeisternden bullischen Szenario fände ich das nicht gut. Zum Beispiel, dass diese Korrektur mit dieser Korrektur sich überschneidet. Verschneidet, der ist tiefer als der, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil die ganz deutlich kleiner ist als die. Deshalb ist das wahrscheinlich eine interne. Ich mache mal so ein Zahlenspiel. Viele zählen dann eine erste hoch. Also es gab vorher schon was erstes, aber eine kleinere erste hoch, eine zweite hoch. Jetzt sind wir in der dritten. In der dritten wäre das eine kleine erste hoch, eine kleine zweite hoch. Jetzt habe ich die ein bisschen zu tief gezeichnet. Aber so lange ist das in Ordnung. Solche Verschachtelungen gibt es. Viele von euch, die sich mit den L jetzt mehr beschäftigen, kennen das Ganze. So lange werde ich nicht nervös. Jetzt habe ich die Marke natürlich clevererweise wieder weggemacht. Jetzt machen wir sie gerade wieder hin. Und zwar mit Fleiß hier. Also von da nach da. Das heißt, alle Rücksetzer, die Punkt 1 korrektiv sind, also idealerweise dreiwellig oder von mir aus auch mit mehreren dann aber Kursüberschneidungen hier. Das gleiche Prinzip, nur in die andere Richtung. Und kleiner idealerweise als 34.600, also nicht tiefer gehend als das, finde ich völlig in Ordnung. Sind immer noch kein bärisches Anzeichen. Alles da drunter fange ich wieder an, die Augenbraue hochzuziehen. Und das zweite ist, ich möchte nicht so gerne, dass das eine steile Bewegung ist, die in die Nähe, also selbst oberhalb dieser Marke, weil dann ist schnell die Gefahr, wenn es nur wackelig hoch geht, da kommt dann ja dann noch mehr. Und dieser Punkt liegt dann automatisch, wenn man diese 1 zu 1 klassischen Symmetrien, ihr seht, das ist nicht immer 100 Prozent exakt, aber es ist doch immerhin eine ganz gute Orientierung. 1 zu 1 oder länger würde uns aber unter die grüne Marke. Das heißt, ich kann dann hier schon erahnen, spätestens da unten dann gegebenenfalls Short gehen, also unterhalb dieser Marke dann Short gehen, weil ich eh dann erwarte, dass wir diese Marke durchstoßen und das kein so tolles Zeichen für die bullische Seite ist. Alles oberhalb dieser Marke macht mich nicht verrückt, zumindest mit einem großen Bild. Natürlich, wenn ich jetzt hier kurzfristig long bin, dann finde ich es besonders unattraktiv. Ja, gucken wir uns kurzfristig long an. Tatsächlich sind die Aufwärtsseiten hier aktuell noch relativ stark, kann man hier sagen, also über da vorne kann man ein bisschen maulen, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber zumindest mal, wenn ich auch keine Ahnung habe, wie ich diese Wellen zuordnen muss, weil da tun sich viele schwer. Ich mich übrigens auch manchmal, das sieht nicht immer klar und deutlich aus. Auch für mich nicht, der da seit 20 Jahren diesen Handelsstil schon macht oder über 20 Jahre, 25 fast, ist für mich auch manchmal, wo ich sage, ja, gehört das jetzt dazu oder da, keine Ahnung. Aber ich sehe, dass das abwärts ist und ich sehe, dass das nicht scharf ist, weshalb ich die Vermutung habe, dass wir vorläufig noch die Aufwärtsrichtung bevorzugen. Und dafür wäre es jetzt geschickt, wenn wir nach einer starken Aufwärtsbewegung vielleicht mal eine korrektive Abwärtsbewegung haben, denn die bietet mir wie immer typische Long-Szenarien. Das heißt, ich sehe im Moment, anders als beim DAX, beim Dow Jones, eher die Möglichkeit für die Aufwärtsrichtung. Und wer sagt, das kann ja nicht sein, doch, doch, vergleicht mal, die laufen nicht jeden Tag und jede Stunde exakt gleich. Also die Erwartungshaltung solltet ihr nicht haben. Es ist durchaus denkbar, dass der vorläufig noch mal nach oben geht. Aber er müsste dann auch wirklich ein bisschen korrektiv runterkommen, halbe Strecke in etwa. Ihr kennt das Prinzip, ich habe das so häufig erzählt. Also da denke ich mal, sind die Chancen gut oder besser für die Aufwärtsseite. Wenn es auch abwärts geht, das gibt es natürlich auch, aber ist das nicht die präferierte, nicht die ausgiebige Richtung aktuell. Es kann natürlich auch noch mal tiefer gehen, also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er auch das noch macht. Das wäre halt immer noch korrektiv, aber die Short-Seite würde ich dann entsprechend nicht handeln. Und aus der Long-Seite fliege ich dann irgendwo raus und sage, naja gut, war ein Versuch wert. Aber ich habe ja nicht so viel verloren, denn die Stops kann man dabei ja relativ eng setzen. Wie sieht es beim S&P aus? Der ist tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe hier extra noch mal die Zeichen und die hat sich nicht verändert. Freitag hatte ich das letzte Mal Video gemacht, gestern nicht. Da war ich ja unterwegs. Aber hier sehen wir, Rücksetzer in diese Zone ist nach wie vor realistisch. Das ist kein Zwang, dass das passiert. Nur müsst ihr damit rechnen, wenn ihr längerfristig handelt. Und Rücksetzer dieser Art sind völlig in Ordnung. Wenn euch das nervt, müsst ihr früher rausgehen. Wenn ihr sagt, nee, nee, ich will ja nicht so eng den Stop haben, dann solltet ihr aus meiner Sicht den Stop unterhalb dieser Zone machen, vielleicht 4.400 in etwa. Denn ihr müsst damit rechnen, dass ein Rücksetzer in dieser Größe das bullische Bild nicht kaputt macht. Das wäre so ein bisschen im Sinne 1, 2, 3, 4, 5. Danach kann es weitergehen. Also ihr dürft euch nicht aufregen, wenn ihr das gleiche da noch mal kriegt. Das wäre eine normale Geschichte. Kommt das denn jetzt? Schauen wir uns das mal an, was wir hier im 4-Stunden-Chart haben. Die Abwärtsseite wenig überzeugend, sieht relativ dreiwellig aus. Die Aufwärtsseite sieht allerdings im Moment auch noch dreiwellig aus. Also entweder bleiben wir in so einem Korrektivmuster irgendwie noch. Also so richtig, aber heftige, dramatische Dynamik nach unten sehe ich aktuell hier nicht. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich das hier im 5-Minuten-Chart angucke, tiefster Punkt. Und wenn ich das angucke, so tief runter, boah. Und jetzt dann wieder so. Und jetzt fängt er wieder hier an, irgendwie so rumzuzicken. Irgendwie so richtig habe ich den Eindruck, glücklich sind sie alle noch nicht. Aber auch hier gilt, ähnlich wie beim Dow Jones, ich würde die Long-Seite aktuell eher noch bevorzugen. Und Rücksetzer erst unter dieser Marke würden mich nervös machen. Alles andere ist in Ordnung. Vielleicht kriegen wir sogar heute Nachmittag hier ein Signal hin. Wir hatten heute offensichtlich um 16 Uhr. Ich nehme mal an Daten. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe den Rechner jetzt direkt gerade erst wieder hier an den Start gebracht. Ihr wisst ja, ich war unterwegs, musste alles jetzt wieder aufbauen, habe noch nichts geguckt. Wir gucken mal heute 16 Uhr. Das gucken wir jetzt mal gemeinsam an. Jawohl, da gab es Zahlen. Verbrauchervertrauen. Ihr seht, ich habe hier noch irgendwelche Fussel. Das ist kein gutes Zeichen, wenn man nach Hause kommt. Und dann sind noch Fussel auf dem Mauspad. Das nehme ich natürlich immer nicht mit. Das lasse ich eins in Tokio, eins hier in Frankfurt. So, jetzt läuft die Maus wieder einigermaßen. Wenn Mauspad-Teppich hat, dann läuft da was falsch. Also, 16 Uhr gab es tatsächlich Verbrauchervertrauensdaten. Die waren deutlich besser als erwartet. Wir hatten häufig jetzt in der letzten Zeit solche Informationen, die nicht so toll waren. Das hat den Markt mal kurz bewegt. Ihr seht, Daten bewegen den Kurs. Über die Nachhaltigkeit kann man sich allerdings streiten, denn der Kurs kam gleich wieder runter. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wenn das als ersten Anstieg und das ist jetzt alles korrektiv. Korrektiv, ich glaube, ist ja egal. Die Abwärtsseite ist korrektiv und deshalb besteht die Chance, dass wir noch weiter nach oben gehen. Trigger, Zwischenhochs, also immer die Zwischenhochs gucken. Und wenn wir jetzt hier sagen, ist das vielleicht schon Zwischenhoch hier? Ich mache es nochmal groß. Ist das ein Zwischenhoch? Vorsichtig. Ich brauche letzte Tief, vorletzte Tief. Dann ist das das Zwischenhoch. Der ist sehr weit weg, blöderweise. Wenn ich mir was wünschen darf, bitte gehen nochmal einmal tiefer. Dann wäre nämlich das das letzte Tief, das das vorletzte Tief. Und tatsächlich hier dann mein Zwischenhoch für den Long Trigger. Und das wäre dann so die Idee, die ich mir da vorstellen kann. Zum Beispiel, wenn ihr den Fünf-Minuten-Chart ein bisschen verfolgen wollt, vielleicht für heute Nachmittag, Frühabend nochmal ein Szenario. So, abschließend nochmal ein Blick auf den Nasdaq. Da habe ich ebenfalls noch dieses Szenario eingezeichnet. Das ist alles so ein bisschen, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir wirklich schon wollen auf der Aufwärtsseite. Also das war nur ein Szenario, was sein kann. Es muss ja nicht so aussehen. Es kann natürlich auch so sein. Das ist immer ein bisschen irreführend, weil ich dann meistens eins nur noch angezeigt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das immer wieder sagen, weil viele sagen dann, das ist Kaffeesatzleserei und sowas. Naja, Kaffeesatzleserei ist es natürlich nicht. Warum nicht? Weil wir gucken, was Marktteilnehmer typischerweise machen und orientieren uns daran. Das sollte aber euch niemals verlocken, zu sagen, ich weiß, was als nächstes passiert. Das ist die größte Gefahr, die ihr als Händler, als Trader, als Handelsentscheider habt. Nein, nein, ich weiß, was jetzt passiert. Geht immer davon aus, dass ihr im Zweifelsfall keine Ahnung habt. Was wir hier machen, ist eine Einschätzung, was vermutlich wahrscheinlicher ist und was vermutlich weniger wahrscheinlich ist. Und dann macht die Trade-Gestaltung. Das ist jetzt heute nicht so sehr Thema dieses Videos. Das können wir dann machen, wenn sich wieder ein Trade anbahnt oder ihr kriegt das über Born for Trading oder Trade des Tages. Das kriegt ihr die nächste Geschichte mit exakten Einstieg, Ausstieg, wo die Stopp-Marke liegen. Dann habt ihr das dann auch. Oder wenn sie es zufällig dann während der Videozeit ergibt am Nachmittag, hier bei dem Index-Update am Nachmittag, dann will ich das auch natürlich gerne sagen. Das verheimliche ich euch nicht. Ansonsten allerdings, wie gesagt, im Trade des Tages bzw. bei Born for Trading kriegt ihr dann diese Information, damit ihr so eine Idee habt, wie gestaltet man das Ganze denn. Die Ideen zeige ich euch das nächste Mal wieder. Das ist jetzt in diesem Moment nicht ganz so relevant. Das heißt, eventuell hier im 4-Stunden-Chart nicht unrelevant, denn nach dieser freitaglichen Abwärtsbewegung wäre irgendwann mal Pause realistisch. Möglicherweise sind wir im Moment in der Pause. Vielleicht hätte ich diesen Strich, das wusste ich natürlich am Freitag nicht, sogar eher von da. Kleine Pause da, kleine Pause hier ziehen müssen. Machen wir das mal ein bisschen weg. Komm, machen wir mal alles weg hier. Also nochmal. Das wusste ich am Freitag noch nicht. Also da, irgendwo da sind wir, glaube ich, gekommen. Und jetzt inzwischen würde ich wahrscheinlich sagen, guck mal, das ist ein 5-Wäller. Wenn wir jetzt korrektiv hier in die Mitte hochlaufen, was heißt Mitte? Höchster Punkt messen. Machen wir nochmal hier. So, höchster Punkt messen. Tiefster Punkt messen. Dann ungefähr hier rein. 38, 50, 61, 8. Das sind klassische Rücksetzernebots. Nicht diese exakten Marken. Das ist Tinnif, wenn ihr davon ausgeht. Ja, das geht dann genau auf die Marke. Das sieht in der Wahrscheinlichkeitsverteilung ungefähr so aus. Und ihr seht sogar, dass die eigentlich hier vorne auch noch durchaus realistisch ist. Nur dann ist die Trade-Gestaltung nicht so sinnvoll. Das heißt, ab hier könnt ihr es, also ab der 38er ist die Wahrscheinlichkeit abnehmend, dass es noch höher geht. Abnehmend heißt ja nicht, dass es nicht mehr funktioniert. Wir haben ja auch schon Rücksetzer gesehen, die bis hierhin gelaufen sind und dann noch runter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es noch höher geht, nimmt immer mehr ab. Ja, also das ist so eine grobe Quintessenz. 50, 50 habt ihr in etwa bei der 38er Marke. Das ist ein Pi mal Daumen wert. Das hängt von mehreren Details nochmal ab. Das kann man im Vorhinein so perfekt nicht vorhersagen. Das heißt aber, wenn ich hier schon davon ausgehe, ah Rüdiger, das ist doch vielleicht schon das Hoch. Ja, das ist vielleicht schon das Hoch. Aber noch ist die Chance höher, dass es sogar noch ein bisschen höher geht. Natürlich kann auch das passieren. Aber die Chance, dass das passiert, ist etwas höher. Wenn der Kurs dann hier ist, ist die Chance, dass das passiert, größer als dass das passiert. Trotzdem kann das auch passieren. Aber ihr seht, das nimmt immer mehr ab, je mehr ich in diese Kiste reinlaufe und dass es noch höher geht. Umgekehrt ist es allerdings dann irgendwann der Kipppunkt erreicht. Wenn es dann zu hoch hier ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, nicht mehr sehr hoch. Das ist der Grund, warum wir die 78er immer wieder als eine Stopp-Marke oder als eine Entscheidungsmarke sagen, wo ich sage, wenn er die erreicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das noch hier runterläuft, bei unter 10%. Das ist nicht null. Das kann häufig noch passieren. Aber eben nur noch in 10% der Fälle oder sogar weniger. So, also insofern, jetzt wäre das so. Ich mache noch mal die Kiste kurz hin als Abschluss, damit ihr die noch mal seht. Meine hoffnungsvolle Erwartungshaltung wäre, damit das ein schöner Trade werden kann hier, im kurzfristigen, im langfristigen gilt hier das Gleiche wie für die anderen natürlich. Möglichst wackelig hier irgendwie rein. Dreiwellig ist auch in Ordnung. Das ist ungefähr, sagen wir 15.700, kann man sich leicht merken, bis 15.860, irgendwie sowas in der Richtung. Nicht auf den Schnaps genau. Ihr könnt auch diese Zahlen nehmen, die hier sind. Aber ihr seht, ich mal bewusst immer so ein bisschen drunter und drüber, um nicht zu suggerieren, dass es exakt an der Marke passieren muss. Aber wenn er da drin ist, danach dieses Tief wieder bricht, gehe ich ziemlich sicher davon aus, also nach dem Bruch dieser Marke, dass wir eine realistische Chance haben, dass der Kurs hier nach unten geht. Also ihr seht, ein bisschen durchwachsenes Programm. So richtig bullisch bin ich beim Nasdaq aktuell nicht, auch im 5-Minuten-Chart. Ihr seht, hier hatten wir eine Pause, das sei ihm gegönnt. Hier war eine Pause. Die sind aber überschneidend. Und auch dieses hier ist niedriger als der, also wieder überschneidend. Also irgendwie werde ich mit diesem Anstieg noch nicht warm. Ich habe also irgendwie den Eindruck, die Marktteilnehmer sind sich da noch nicht ganz sicher. Ja, allerdings wartet bitte auf, dass es irgendwie so aussieht, denn es wäre die Chance, auch in Abstimmung mit den anderen Indizes, dass das ein Leading Diagonal ist und vielleicht sogar noch ein bisschen höher dann eben geht. Ich mache mal hier das Bild dazu, dass wir quasi sowas, Pause und nochmal hier. Dann sind wir immer noch in der Kiste und dass wir vielleicht danach sogar nochmal runtergehen. Also ihr seht, ich bin so ein bisschen in dem Verdacht, dass die Märkte tatsächlich nochmal einmal runter müssen. Aber im Kleinen, das ist nur für die Kurzfristigen interessant und vielleicht für die Längerfristigen interessant, nicht gleich in Schwitzen und Panik auszubrechen, sondern das einfach so mitzunehmen. So, jetzt habe ich heute wieder etwas länger gesprochen. Klar, nachdem ich gestern gar nichts gesagt habe. Morgen gibt es ein neues Video. Bis dahin macht es gut, euch alles Gute und liebe Grüße. Bis dahin macht es gut, euch alles Gute. 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 Bis dahin macht es gut, euch alles Gute.